Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und in einer weiteren Folge Command & Cocker Remastered mit der Not-Kampagne. Ja, es ist wieder mal sehr spät, wo ich dieses Video jetzt aufnehme. Es ist halt 23 Uhr gleich und ach, das wird wieder nichts. So wie Messenger am Montag nicht online gegangen ist wegen dem Umwandeln auf YouTube und so weiter noch. Sondern auch erst heute am Dienstag wird die Folge auch erst am Mittwoch online gehen jetzt. Und ach, es ist... die Arbeit hat mich momentan im Griff. Die Arbeit und einige große Projekte, die, ähm... Ja, ich sag mal, Vorrang haben. Ist... auch wenn das jetzt irgendwo hart klingt oder sowas. Die sind einfach wichtiger. Und, äh... ja, deswegen ist es immer so ein bisschen... Hm, ich versuche das immer noch einzuhalten, so zack. Äh, die Videos an den Tagen, wo sie online gehen sollen, seit Wochen jetzt ja schon, trotzdem noch online zu bringen und so, aber momentan... Äh, es ist einfach eine unglaublich miese Kombo jetzt gerade. Wobei ein Teil davon ja echt gut ist. Ne? So, es hat ja auch seinen gewichtigen und wichtigen Hintergrund, warum das gerade alles sich so ein bisschen zieht. Ähm... ja, wir werden mal gucken. Also es wird sich auch wieder einfangen. Früher oder später. Aber jetzt gerade müssen wir einfach mit diesen Verschiebungen leben. Und, ähm... ja, es ist alles so ein bisschen... bisschen hektisch gerade. Aber gut. Jetzt machen wir erstmal hier mit den Not-Missionen weiter. Ähm... ja, die habe ich aber noch nicht gespielt. Und das hier, äh... Sterbenskrank und Sterbenskrank sind sich wohl sehr ähnlich von der Idee her. Ist das mit dem Dorf, was zerstört werden muss? Und Orca-Raub, da müssen wir wohl einen Orca rauben. Wird also ein bisschen anders sein. Hat auch eine andere Story und so weiter und so fort. Hat auch ein extra Video, wenn wir uns richtig erinnern, in der letzten Folge, können wir es ja sehen. Wir werden jetzt erstmal Gabun ausprobieren. Warum steht das auf normal? Und nicht auf schwierig? Das ist ja den Hintergrund. Ich habe sie auf schwierig schon getestet. Drei, vier Mal jetzt. Und es ist... Es ist... Ja, man merkt, dass schwierig nachträglich eingeführt wurde und die Missionen gar nicht drauf ausgelegt sind. Das ist so ein Höllenspektakel. Also es ist machbar, ja. Aber... Wie gesagt, man merkt halt hart, dass das alles überhaupt nicht balanciert ist. Für schwierig. Nicht balanciert in dem Sinne, dass der Gegner, also der GDI in diesem Fall, massig Boni bekommt. Wie halt viel mehr Geld. Die Einheiten haben mehr Lebenspunkte. Die Einheiten treffen besser. Solche Sachen halt, ne. Machen mehr Schaden. Pipapo. Und gerade in so einer Mission, bei Not. Wir starten ja sehr viele Not-Missionen mit so einer Handvoll Einheiten und müssen dann irgendwie ein Basislager finden oder, oder, oder. Oder kriegen erst Verstärkung später und müssen dann aufbauen, so lange überleben, etc. Also es ist halt viel Kram bei Not, wo man nicht unbedingt, ähm, ja, viel Geplänkel am Anfang haben will. Bis man denn eine Basis hat. So, und hier, wir starten mit ein paar Soldaten, zwei Panzern und sowas, Flammenwerfer, die sich sowieso selbst töten, wo dann der Gefahr für ihre Kollegen sind. Äh, ja, dann müssen wir durch so eine enge Schlucht durch und müssen quasi an der GDI-Basis direkt vorbei. Und das ist schon, puh. Und selbst wenn, selbst wenn wir denn hochkommen und unsere Basis aktiviert wird, ist das so ein riesen, riesen Massaker. Ja, diese Granadiere von den GDI, die töten alles im Nu. Unsere Panzer treffen die nicht, weil, ist ja einfach so halt, ne, in den C&C, da treffen die Panzer, die Soldaten einfach ziemlich schlecht. Natürlich können wir mit unseren Fußsoldaten da ran und auf die schießen, aber, die Granadiere sind halt durch diesen Buff, den es auf schwierig gibt, einfach so krass, die, psst, die sprengen die einfach weg. So, und, ähm, wenn wir uns halt, äh, wenn wir zurückdenken, der, schwierig wurde ja schon einmal gepatcht, weil manche Missionen einfach unspielbar sind. So, und ist es besser geworden? Sieht man ja auch hier. Aber manches ist wohl, ähm, immer noch unglaublich ätzend. Deswegen versuchen wir es jetzt mal auf normal und gucken, was da so passiert. Tja, ja. Dich hält ja wohl gar nichts auf, wie? Cain will jetzt, dass du dieses Dorf zerstörst. Es bildet die letzte Abwehrlinie zwischen ihm und seinen Tiberiumfeldern. Da laufen ein paar Formroboter rum, aber die sind alt und fallen um wie die Fliegen, auch ohne, dass du viel nachhilfst. Und keine Angst vor GDI-Einheiten. Der Nachrichtendienst meldet nur eine Handvoll Forschau dort. Erstens, ne, dass er immer noch von, von Androiden und Roboter und so weiter redet. Sehr cool. Was natürlich klar ist, da ist ja damals ja bei uns nun mal Roboter waren. Ähm, und zweitens, ja, von wegen, wenig GDI-Einheiten, Forscher, bla bla. hier müssen wir erst mal kurz zurück, den Panzer vorlassen, das gibt es ja gleich wieder ein Drama. So, alles mal Stück für Stück schon ein bisschen vorschicken. hier. So. Die Flammenwerfer erst mal kurz raushalten. Oh nein. Jungs. Ah, die sind so selbstmörderisch, die Typen, meine Güte. Oh Gott, oh Gott. So. Hier muss man auch mit der verdammten Brücke, musst du echt aufpassen. Nicht, dass das, deine Panzer getrennt werden oder deine Fußtholdaten vorlaufen und mit den Panzern zurückbleiben und oh, auch Terror. Da unten ist die GDI-Basis. Die ist eigentlich gar nicht mal so dicke. Die ist eigentlich gar nicht so krass. So, in einem Testlauf hat es auch schon geklappt, dass ich da einfach reingestürmt bin. und ein bisschen was davon übernommen habe mit den beiden Ingenieuren, die ich habe. Die ja scheinbar wirklich dafür gedacht sind, dass man da reinstürmt. Problem ist, hier sind zwei Maschinengewehrtürme. Er hat schon wieder etliche Soldaten da stehen und vielleicht auch Panzer. Und ah, das ist, es geht. Ist aber auch eine sehr, sehr kritische Geschichte. Dementsprechend sneaken wir erstmal so ein bisschen nach vorne hier. Immer im Auge das hier scheiße passieren kann. Wie zum Beispiel das. Ah, nicht so weit da ran. So. Echt, hier musst du echt alles auffassen, ne? Was in erster Linie gar nicht mal schlecht ist eigentlich. Aber es ist halt unnötig schwer. So. Dass die eigenen Soldaten denn nicht schießen, macht das auch alles nicht viel einfacher. Das andere Ding, wenn wir hier gleich angekommen sind, bei unserer Basis, die mir auch schon mal einfach explodiert ist. Das auch. Das ist mir der Bauhof einfach explodiert. Das war auch ein super tolles Erleibnis. Erlebnis. So. Die andere Sache ist ganz einfach, dass er gleich direkt, wenn wir da oben sind, einen lustigen Bomber angegriffen. Lustigen Bomber. Ah, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Oh Gott, oh Gott, nein, wo willst du hin? Zurück. Diese Typen, ne? Nein, halt, halt. Nichts so weiter. Ich meine, guck dich das an. Nee, scheiß drauf. Hochdruck. Neue Bauoptionen. Hand von Norddeutsch. Und den Bau reparieren. Und das Ding. Theoretisch, oh nein, 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 wir müssen da Platz machen, sonst noch nicht das Verium fällt. Was auch immer. Oh Gott. Ach. Das ist ja ein Eiertanz, ne? Meine Börse. Kommt da der Panzer gerade? Ich kann nicht gucken. So, direkt das hier bauen. Ach. So. Oh, da ist ein Panzer. Sehr ungünstig, sehr ungünstig. Weiter, weiter. Weil, wenn wir da oben sind, wird er nämlich auch bald den ersten Angriff starten. Ja. Oh, auch was? Nein, 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 kommt da weg. Kommt da weg, Leute, kommt da weg. Oh. Oh. Rech auf. In Ordnung. Jawohl, Sir. Attacke, los. Das ist unsere Chance jetzt. Oh, wenigstens. Ah, überlegt unser Panzer das? Danke. Ui. Gut. Hier hoch, hier hoch. Wir müssen Flarax bauen. Weil, wie gesagt, er wird halt direkt gleich mit einem Bomber angreifen. So, und das ist so uncool. Gleichzeitig wird er aber auch mit Soldaten angreifen. Also theoretisch müssten wir ja auch noch einen zweiten Sammler bauen, um überhaupt genug Geld ranzukriegen. Das ist der nächste Nervpunkt. Oh, das ist eine richtig üble Runde, ey. Und, ja, wie gesagt, auf schwer. Ich weiß gar nicht, konnten wir hier, hier konnten wir doch keine Brücken zerstören. Das ging erst mit, ähm, mit einem Schuferrot, glaube ich, ne? So, das ist mehr, als ein verdammter Sammler holen kann. Das ist, ne? Mann, ey. So, kurz gucken, was könnte er, aber wie das Ding. So, das wird wahrscheinlich gleich angreifen. Ich hab noch keine Ahnung, aber wir müssen, so, wir müssen aber zumindest 50 aufheben. Wegen dem zweiten Flarag gleich. Zwei bauen wir mindestens. Ja, der funktioniert nicht mehr. Achso, ja gut. Nee, schon gut. Da in der Kirche ist Geld. In die Kirche ist, da kommen sie, da kommen sie. Nur einen verloren. Nur einen verloren. Trotzdem. schon dabei. Shit. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob er die immer wieder, aber die spammen kann, quasi. Ähm, so. Das ist jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Die ist jetzt nicht mehr so schlecht. Wir brauchen die. So, und dann, ähm, hier können aber ein bisschen was ineinander laufen hier. Können die Jungs hier unbedingt ein bisschen arbeiten. so. Jawohl. Preche auf. Schon dabei. Sofort, Sir. So. Jawohl. So, passt mal drauf. Oh, jetzt ist das so klar, ne? Alter Falter. Müssen immer ein Auge da drauf haben. Was da wohl gleich passiert? Jawohl. 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 Ja, und was es auch noch sehr nervig macht teilweise, ist halt auch wirklich, dass die, dass die Truppen halt keine Einheiten angetreten. Reifen, die in Reichweite sind. Dass sie die einfach angucken und sagen, ja, schön. Ja, die Problematik ist jetzt ganz einfach, dass wir jetzt eine Weile brauchen werden. Ja. Jetzt fährt er halt da hoch. So, entweder reparieren wir weiter, obwohl das sollte den Angriff alles überleben. Und wir haben ein zweites Flachakt. Das könnte vielleicht noch klappen. Theoretisch müssten wir jetzt schon mal das hier bauen. Ach, wir haben nicht genug Strom. Also sind wir gezwungen, das hier zu bauen. In der selben Zeit wird der, also da wird der ein paar Mal hin und her düsen. Und nichts wird weiter passieren, so, ne? Weil wir hier nichts machen können. So, wir brauchen... Wir müssen gleich Einheiten raushauen. Die Frage ist jetzt... Da konnte er nämlich schon. Die Frage Frage ist nicht, ob wir vielleicht doch vorher erstmal noch ein paar hiervon machen. Was kostet der? 200. So. Den Flamer einfach schon mal vorschicken hier, in der Hoffnung, dass er... dass er die vielleicht abfangen kann. Und die Soldaten... müssen wir einfach so ein bisschen sporadisch verteilen hier. Da kommt ja schon ein Panzer. Das ist so eine Edsmission, ey. Alter, Alter. Wo laufen die lang? Kommt die jetzt von hier gleich irgendwo? Da können sie gar nicht kommen, ne? Ne. Ich weiß ja gar nicht... Er könnte da rumkommen. Da ist er. Breche auf! In Ordnung! Sofort, Sir! Jawohl! Sofort, Sir! Oh, 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 oh. Breche auf! Das Problem wird sein... Sofort, Sir! Schätze ich, mal gucken. Ah, fuck! Oh, 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 oh. Die brauche ich, die brauche ich. Die können nicht sterben. Kein Geld, kein Nichts. Ja, das ist doch Verstärkung. Zumindest etwas. Die Grenadiere müssen weg, ne? Die sind so übel. So, hallo? Da ist die aushalten auch. Klar, natürlich war das jetzt... Unsere Basis wird angeboten. Ehrlich jetzt? Ehrlich? Ja, wohl, Sir! Ja, wohl, Sir! Ja, wohl, Sir! Boah. Reparatur, Sir! Sind wir denn da oben? Ich wüsste es gar nicht. Äh, das ist doch nicht wahr. Können wir überhaupt hin? Wollen wir vielleicht mehr von, wenn wir das Ding verkaufen? Ich meine, erst mal so abgelenkt. Jetzt. Dann kommen wir da hoch? Unsere Basis wird angegriffen. Bestätig in Klasse. Reche auf! Schon dabei! So, mal gucken wir sie... Jawohl, reche auf! Da kommen wir gar nicht hin, ja. Aber dann haben wir ein Flarek weniger. Das ist halt auch schon mal ganz doof. Ganz doof! Wird gebaut. Ah! Reparatur, der Luft. Jawohl, reche auf! Jawohl, reche auf! Treffen wir den? Jawohl, gucken. Ich dürfte die Einleiter auch nicht so dicht zusammenstehen, dass die müssen da auseinander, weil falls er doch noch Truppen hat, die diese diese Fliege? Ich weiß das ja nicht so genau. Jawohl, in Ordnung! Okay, die hätten das also verändern können, dass wir das Flarek verkaufen müssen, youth ist. Aber gut, gut, gut. Vielleicht, ich glaube, das er trotzdem. Ähm! Ähm! So, alles ein bisschen auseinanderstellen hier. Jawohl, reche auf! Jah, wohl, reche auf! Jawohl, reche auf! Jawohl, reche auf! da komm schon gleich die nächste Welle immer so gut so lange er keine das ist das halt das ist einfach kein Geld da hat er ich habe so lange jetzt hier nicht er mit Panzer angehen angeweizt kommt sieht das eigentlich noch einen ganz guten start aus bisher aber wenn es könnte es könnte funktionieren mal gucken aber ich auch immer wie ist denn der da rumgekommen hau mehr kann ja von hier ja ja oder hatte das flach aktiviert wüsste eigentlich der muss irgendwo Oh, schießt, schießt, schießt. Ja. So viel zu, ein Plarak reicht. Nope. Wir brauchen mindestens zwei. So. Und wir brauchen eigentlich auch nur einen zweiten Sammler. Ist ja ein bisschen Geld in die Kasse gekommen, das ist halt das Ding, ne? So, ja, ja, neue Bauoption. Schön und gut. Und da ganz angeschlagene Haufen hier oben. Wir brauchen ein zweites Silo wieder. Hä, zweites Silo. Zweites Flarak, das muss hier wieder irgendwo hin. Weil sonst... Und danach müssen wir echt mal gucken. Hm. Also. Können wir hier weiter brutzeln. Und danach müssen wir echt mal schauen, ne? Was wir jetzt machen. Also, jetzt gerade... Jetzt gerade ist es schon echt nicht schlecht. Theoretisch müsste der jetzt gleich zwei Strecken fahren. Zwei Strecken... Achso. Jawohl, Sir! Zwei Strecken fahren, der Sammler. Also, vier, ne? Zweimal hin und zurück, so gesehen. Damit wir, ähm... Gleich auf jeden Fall genug... Geld haben für den zweiten Sammler. Und dann können wir dann einfach anfangen, Panzer zu bauen. Das ist halt... Irre. Ne? Wenn man darüber nachdenkt, was das für ein Irrsinn ist. Wie lange das dauert, bis wir eigentlich genug Kram zusammen haben. Heftig. So, der, der, der Ding... Jawohl, Sir! Das muss auf jeden Fall hier hin. So. Auf jeden Fall, wir brauchen... Das klappt sonst nicht. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Besteht die Ordnung! So. Und immer gucken, ob der da nicht angeschissen kommt. Also, gerade lässt er uns doch wirklich, wirklich in Ruhe. Ja, und das mit... Die Einheit, mit der ich eben hier hochkam. Ne? Die paar... Paar Truppen da und so weiter. Das waren so viel weniger... Geldmittel unzureichend. Beim... Beim normalen Spiel. Äh, beim normalen. Also, bei... Hardcore hätte ich jetzt was gesagt. Bei... Bei... Schwer. Im Grunde waren es nur die Panzer. Meistens. Und... Ich meine, guck mal hier. Selbst auf normal sind die ganz angeschlagen. Aber das ist in Ordnung. Normal, das ist... Das ist ausbalanciert. Da soll es wahrscheinlich auch wirklich so sein, dass man nur mit so einem... Mit so einem Schrott hier oben ankommt. Weil du hast ja auch eine Schrott-Base, die du dann gegen... Gegen alles verteidigen musst und aufbauen musst und so weiter. Ich kann mir aber schon ganz gut vorstellen, dass das so gedacht ist. Obwohl es... Irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Es ist... Geschichtlich überlegt jetzt. Wieder eine ganz komische Geschichte. Geschichtlich überlegt, ja. Haben wir die Transporte hier? Ne, aber Buggy sind es, ne? Ähm... Ganz, ganz... Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich ein zweites Dings baue. Kostet 2000. Während ein Sammler... Nur 1400 kostet, ne? Wir würden Geld sparen. Ich sage, jetzt haben wir gerade die Zeit dafür. Oh shit. Oh shit. Er brucht. Wir bauen den Sammler. Und... Ich brauche hier... Flammenwerfer zur Hand. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Schneller, schneller. Oh, schneller. Viel schneller. Komm, komm, komm. Flammenwerfer ran. Flammenwerfer ran. Ah, ich muss das. Feuer. Gas. Scheißegal. Einfach reinbrennen. Uh. Okay. Jawohl. Das lief, äh... In Ordnung. Bestätig. Gut. Das lief viel besser als erwartet. Uh. Uh. Ähm. Ja. Oh Gott. Shit, 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 shit. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Breche auf. Dann kommt der Rest vom Schützenfest. Äh. Breche auf. Mein Sammler fertig. Komm, schau, komm, schau. Baby, baby. Baby, baby, baller, baller, bang, bang. Oh, unser kaputten Panzer hier. Ey, das ist auch so super. Wird er fertig? Wird er fertig? Oh, knapp. Geste, wo ist er? Wo ist er denn? Jawohl, Sir. In Ordnung. Äh. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Er ist nicht fertig geworden, ne? Eiheit. Jawohl,하세요. Rückzug. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Äh, schieß. Tschüss. Jawohl, Sir. Oh, oh. Ja, w τουヒörr. Oh, oh, misst. Da kommen sie. Schon dabei. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angebe direito. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Okay, das ist unsere Schossen von abgelenkt. Komm noch mal. boah da ich mein drei stück drei stück wo ist eigentlich so drei stück braucht das ja gut wäre jetzt besser gewesen wenn wir das sammler häuschen gebaut hätten ja nicht unbedingt weil die braucht halt beide ewig das kommt bestanden schon wieder e m es geht es ist ja ich greife jetzt doch an oder einer seiner leider zurückkommt auch das schießt da noch weiter wenn neues Bauleiter Räcknis der Wartelkosten werden so gewollt das wird sich hier vor die Rechnung so und jetzt stelle ich diese Angriffe vor Prozent mit mehr Panzer als er die Auszeit um und er hat schon eben gesehen auch jetzt auf normal dass die Soldaten unsummen aushalten an Lebenspunkten. Ein Flammenwerfer, ja? Ich schieße mit einem Flammenwerfer. Das möchte ich mal festhalten. Mit einem Flammenwerfer auf diese Typen. Da, auf die Grenadiere. Mit einem Flammenwerfer. Auf Charaktere, die Sprengstoff mit sich rumtragen. Und ich brauche drei Treffer. Drei. Irre. Ja, und jetzt stelle ich das alles nochmal eine Spur schwerer vor. Dann wisst ihr, was da Phase war. Meine Güte. So, und das... Ja, wie gesagt, das zeigt mir halt gut, dass es hinten vorne noch nicht ausgewogen war, oder ausgewogen ist. Durch diesen, diesen, äh, nachträglich eingefügten Schwierigkeitsgrad. Wir können das Radar bauen, theoretisch. Und dann, äh, glaube ich, die Werkstatt zum Reparieren der Panzer. Aber wir probieren das jetzt aber so. Einfach auf die, auf die rabiate Tour. Ja, was ist das denn? Ähm. Jawohl, sag! Ah, ich würde sagen, hat er keine Lust jetzt? Oh, die drei auf dem Haufen ist auch wie so eine Geschichte. Ja, wohl, sag! 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 Wegen Raketen-Mods? Wegen Raketen und so? Mal gucken, konnte er wieder angerannt. Nee, noch nicht. Ja, ich glaube, so ein paar Not-Mods sind auch nicht unbedingt schlecht. Raketen scheine ja wirklich very important zu sein. In Ordnung! Die Frage ist jetzt, haben wir Zeit dafür! Für, äh, die nächste Mission. Hier, dran! Komm schon wieder! Äh, jeder ist auf! Wussen, ob disappointment auf die, wo man. Jawohl, sag! Jawohl, sag! Jawohl! Jawohl, sag! Jawohl, sag! Jawohl! Nee, sind gar kein Pläume, consorttiert! äh, Kaserne, uäh, äh, Kaserne. Kannst aber zurückziehen hier. Da sind die. Ach doch, wir haben ja einen. Ja, Mist. Naja. Äh, noch ein Notmod. Zwei sind besser als keiner oder sowas. Stellen wir den einfach mal mit da hin. So, wo ist das? Dein Notmod sind da. Gut, gut, reparieren. Alles mal übernommen anklicken. Oh. Jawohl, Sir. Da kommt die Stressmacher. Hört auf damit. Schluss. Jawohl, Sir. Na, der wird bestimmt sterben jetzt. Oder? Jawohl, Sir. Einheit verhören. Jawohl, Sir. Kein Problem. Jawohl, Sir. In Ordnung. Schon dabei. Danke. Der Panzer, der Panzer. Äh. Ja, nicht. Schon wieder? Schon wieder? Oh, was sollte denn das immer noch? Reiche ich den von hier aus? Hm. Warten, bis er runterkommt. Er will wieder aufs Flarek schießen. Er will 100 pro wieder auf das Flarek schießen. Reiche auf. Dieser wiese Stinker. Unsere Basis wird angegriffen. Da ist er hier. Äh. Ja, wie gesagt, ich weiß halt... Reiche auf. Die können da nicht hin, war? Reiche auf. Reiche auf. Reiche auf. Aber gut, solange er da drauf schießt, lässt er ja den Rest so weit in Ruhe, wie ich das gesehen habe. Jawohl, Sir. Zähne sind doof, ne? Verstärkung, ist ja nicht so weit. Aber ich will jetzt aber nicht wieder... Jawohl, Herr. Geben da. Ich will eigentlich nicht verkaufen. Ja, das wäre. Ja, wohl. Ja, wohl. Ja, wohl. Wenn das jetzt 2. Ja, wohl. Ja, wohl. Ja, ich weiß das hier kosten. Ja, wohl. so unnötig dann so unnötig echt manches hier ich diese hängen so weit nach vorne schieben so eingestellt ist jetzt schon auch sind seine angriffe gar nicht mal so aggressiv schwierig das macht natürlich sinn dass auch schwierig schwerer ist und aggressiver und so weiter das macht durchaus sinn aber ja wie ich ja nun schon mal sagte ist es halt wirklich einfach nicht ausbalanciert und das merkt man an allen ecken und enden bei den meisten missionen und das schlägt natürlich so ein bisschen auf den spiel spaß aber was ich eben noch sagen wollte ist mit der mit der zeit ich weiß halt nicht ob wir die mission jetzt noch schaffen die zweite version hiervon so orca raub sowieso nicht richtig wir können natürlich mal gucken wir können jetzt mal runter düsen eigentlich so theoretisch nur ja währenddessen können die hier einen lustig sammeln würde ich mal so behaupten wir fahren jetzt mal runter gucken was los dass ich dennoch extra irgendwie hier diese die zwei diese die eins also diese machte ich weiß nicht was aufdecken und Nordmords sind halt echt super zum aufdecken und so was flammenwerfer dabei und wir müssen sie offen erwischen da können wir doch reizen dass er mit allem rausgedüßt kommt jetzt mal kurz vor wegen so ein bisschen auf der verdammten panzer das können die ruhig machen weg weg wir brauchen die ihr seid ein bisschen zu teuer um mich aber so zu verheizen oder noch mehr runter 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 rüber 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 da haben sie sich gegenseitig blockiert das meinte ich halt wir haben sein sie es ist ein sammler angegriffen das mag also gar nicht überfahren das kommt doch mit allem was er da hat wieder hoch das hier weg einheit verloren ich habe auch zu sehen die auf richten da ich drücke mal die falschen tasten ich habe f-tasten gedrückt da habe ich einmal kurz ein kurzes stream gestartet was ist diese los ich habe die aufnahme beendet ich habe ein stream gestartet ich habe die aufnahme gestartet ich habe ein stream beendet und alles durcheinander gerade verdammt normal shit jetzt muss ich doch wieder ändern ja damit wird es definitiv nichts mehr definitiv nichts mehr ne shit ach man ja hier nicht ich gehe mal wieder hier oben hin ja damit ist wie gesagt das definitiv nicht mehr machbar dass die folge heute online geht ach ja ach ja ja ich habe ja wenn man die f-tasten f1 und f2 das war so gar nicht gedacht unsere beiden sammler sind noch aktiv naja shit doof 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 breche auf muss ich halt leider ähm muss ich halt leider doch nochmal rennen ach das hasse ich ja ne zusammenschneiden bin ich ja nicht so der Fan von mach ich ja so gut wie nie aber gut vielleicht ist die idee hinter den beiden auch dass man das hier einnimmt kann das sein? was ist eigentlich das da? testen das jetzt mal mal gucken was das ist Verstärkungen sind eingetroffen kann ich was neues machen? GDI Gebäude oder erobert aber theoretisch könnte ich jetzt hier wahrscheinlich eine Kaserne bauen ne? nur mal gucken nur mal ausprobieren Konstruktion fertig GDI Gebäude oder erobert ist da genug Platz zum bauen? naja hm hm ich könnte das aber weg räumen wir sind einfach schon wieder oh und da sind auch die Türme yeah jawohl jawohl da hin danke jawohl 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 hab ich schon wieder fertig lassen oder? soll grad sagen ja jawohl ми hm ja gut so dass da oben nur attackiert ist ja schon in Ordnung nicht schön aber fahrt einfach da rüber und weil das Geld die Kaserne schon direkt einen neuen Sammler wieder gebaut auch heftig ne da drüber fahren drüber fahren Panzer bauen schnell die da rauskommt vom Absurde das Ding weg sprengen ihr müsst hier oben langlaufen sonst geht hier drauf meine Güte meine Güte boah weißt du boah Mist bestätigt aber ich da ist das ist wichtig dass sie da nicht direkt drauf schießen dass sie da nicht direkt rüber fahren oder drauf schießen da ist mal gucken was ist das der ist tapfer dabei so was hier oben in den Nachschub ja so ein bisschen helfen in Ordnung ich muss gucken was hier noch ist ein das ist sofort zerstören ja ich glaube eben in der Hektik die da losbrach habe ich denn ja ich wollte ich wollte die Gruppen anwählen um die umzulenken halt ne wollte die denn da steuern und so und ähm ja hat mich halt gewundert warum das nicht geht hab daraufhin denn weiter rum gedrückt und dann ist wahrscheinlich der ganze Scheiß erst passiert eben dass ich denn äh also das ging alles nicht was mich gewundert und aufgeregt hat weil ich nicht wusste warum und dabei habe ich den Aufnahmen an, Aufnahmen aus Aufnahmen an, Aufnahmen aus Aufnahmen aus gut ich denke ich werde den Übergang etwas was schöner gestalten ne was ist schöner ich werde da wieder dieses Störbild einblenden was ich ja immer mal mache wenn irgendwas schief gelaufen ist was ja eben war doch der Turm kommt noch hier und in der nächsten Folge äh in der nächsten Folge mal gucken ob wir denn noch die andere Version hiervon spielen ne es ist zu spät ja du bist ja ja ich bin tosen jetzt wir müssen uns doch noch zerstören naja ich kann sich über dieses肉chen kümmern mann mann ja ja raketentrupper bauen einfach nur vorsichtshalber wie sieht der Oma denn nicht aus ja wie gesagt das war die Sache jetzt und es ging gut jetzt bis auf diesen Panzer eben da mit den Gruppen und so weiter lief es eigentlich ganz gut da kann ich jetzt nichts gegen sagen der Panzer war heute ein bisschen blöd ist halt leider so abgebrochen ähm ist hier noch einmal das heil ne ne doch da was lebt jetzt noch zäune sind ja wohl egal oder was irgendwo noch ein Panzer hier haben wir noch einen Notmod haben wir gerade nicht ne ne ist er ein Sammler ist es ein Sammler entkommen oder haben wir ihn zerstört ist hier noch irgendwas äh so der muss glaube ich auf jeden Fall weg kann er hier nochmal gucken ob hier noch irgendwas ist er ist er ist noch eine ganze Basis er hat noch Mammutpanzer raus gewalzt oder so ach ist der andere andere Sammler den er gebaut hatte naja Panzerkette ähm ja ja wie gesagt das eben das war das war echt ein bisschen blöd da es lief so gut und dann auf einmal wuch was hier los wieso geht das jetzt nicht was und dann kamen direkt die Hektik und die Panik äh und die Angst das Ding hier direkt nochmal machen zu müssen zum siebten Mal oder sowas oh und plus ich war ein bisschen genervt ähm wegen der ganzen Sache mit der Zeit halt jetzt auch ne so Zeit und Arbeit und öh und ich würde ja trotzdem meinen Rhythmus einhalten ne ich würde ja trotzdem versuchen diesen Rhythmus einzuhalten aber äh es ist halt so schwer wegen Arbeit und halt diesen äh anderen Projekten die noch grad am Laufen sind ähm ja bisschen blöd alles bisschen blöd gerade alles in Ordnung aber es wird ein bisschen besser Ne... ist ja der letzte Na kommt schon Komm schon einsatzziel erreicht vielleicht vielleicht machen wir dass andere einfach als Bonus nochmal zwischen hinten dran das ist das vielleicht ja Also nicht jetzt. Komm ich gleich nochmal zu. Weil eigentlich wären die Videos ja jetzt noch hinten dran gewesen. Also es wäre ja diese Mission, dann noch die andere Version hiervon und dann halt noch das mit dem Orca. Keine Ahnung, hier. Das ist ja ihre. Annehmbar, la la la. Mal gucken. Die Nordforschung hat folgende Zusammenhänge ergeben. Die Menschen in den GDI beherrschten Gebieten leiden verstärkt unter Atemwegsbeschwerden. Tiberium hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf positronische Gehirne sowie auf das menschliche Immun- und Fortpflanzungssystem. Noch unbekannt ist das Ausmaß der Tiberium-Schäden an der menschlichen DNA. Nord-Analytiker haben berechnet, dass innerhalb von drei Jahren drei von fünf Menschen an Tiberium-Schädigungen leiden werden. Übertragung beendet. Bitte warten. Gut gemacht. Langsam wirst du wirklich Keynes Liebling. Wie wäre es, was hältst du von einem Platz im Führungskader von Nord? Du bist doch bestimmt ehrgeizig genug für einen Auftrag von ehrfurchterweckenden Ausmaßen. Dein Ziel ist dabei so geheim, dass nicht einmal Kane etwas davon weiß. Denn die Macht wandert schnell in der Bruderschaft. Ich habe mir erlaubt, deine Einheiten in die Staaten zu verlegen. Kane war immer zu zackhaft, um die USA anzugreifen, aber ich weiß, jetzt ist es Zeit. Und du bist der Richtige. Das hier ist das Pentagon. Ein kompletter Frontalangriff mit deinen stärksten Einheiten sollte ihr Militär... Ja, die Macht wandert schneller, als so mancher glaubt. Ich bin Kane. Während ich deine Truppen aus den Staaten zurückbeordere, möchte ich, dass du diesen verlassenen GDI-Stützpunkt sicherst. Sobald du da bist, bau Waffen und Androiden. Und feg damit die restlichen GDI-Truppen zusammen. Oh, und, äh, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ähm, ja, jetzt kann ich ja noch sagen, was ich, äh, letztens schon sagen wollte. Oder schon angedeutet hatte, wo da ja stand, dass er, dass er, äh, gereizt ist. Ja, so Sess, ne, dass er gereizt ist. Und dieses, dieses Pi sagt man wegen, oh, dich kann wohl überhaupt nichts aufhalten, ne, lalala und so. Und, mhm, 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 ne. Ähm, und dann eben die Lüge. Auch wenn es, äh, auch wenn sie nicht wieder aufgegriffen wird, war es ja, war es ja eindeutig eine Lüge. Hä? Er wollte ja, dass wir, ähm, er wollte, dass wir quasi dahin gehen, das Dorf platt machen und dann ist gut. So, wir sollten ja die GDI-Forschungsanlage in Ruhe lassen und wir sollten auch sonst nicht unbedingt da so einen Massaker anrichten halt, ne. So, ähm, dass wir das tatsächlich doch machen sollten, wird jetzt nochmal unterstrichen, also was heißt machen sollen, ähm, dass im Grunde unser eigentlicher Auftrag dann letztendlich doch war, alles zu zerstören und dass es eigentlich eine Falle war und sowas, wurde ja jetzt nochmal unterstrichen. Ne, so, sein, sein Plan, ich kann wohl gar nichts aufhalten, da, 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 war uns halt hier hinzuschicken, so, und uns dann zu erzählen, hey, das sind nur Forschungsleute, das sind nur Wissenschaftler, easy peasy, kein Ding, kümmert euch nicht darum. So, und es ist eine ganze Basis gewesen, in Anführungsstrichen, eine ganze Basis, aber Panzerfabrik, Kaserne, ne, zwar keine, keine überkrassen Einheiten, so, keine, keine Mammutpanzer und Stahlhage und so weiter, aber genug Einheiten, um gefällig zu sein. So, haben wir ja selber erlebt, beziehungsweise auch schwierig, ist es ja noch viel schlimmer, ähm, ja, so, in seiner Vorstellung, wenn wir da hingegangen, hätten das Ganze unterschätzt, wir hätten da vielleicht das Dorf angegriffen und so weiter und deswegen haben wir nur so wenig Einheiten am Anfang gehabt, ne, sind da hin und werden dann von den GDI-Truppen aufgerieben und er kann dann Kane sagen, no, tja, der war wohl doch nicht so knorkelter Typ, ne, hm, so, und hätte damit denn das verhindert. So, dann jetzt die Geschichte, weil es nicht funktioniert hat, greif das Pentagon an, bla, mach, greif hier mit allem an, was du hast und so weiter. So, völlig irrsinnig halt, ne, völlig, völlig absurd. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, er ist halt einfach, er will, ne, der Chef werden und so weiter, macht, wandert schnell in der Bundeschaft, lala und ich, ich befehlige jetzt da den Angriff auf Amerika und er zerstört das Pentagon und dann bin ich der neue Kane. So, und du bist dann meine rechte Hand, bla, 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 du bist ein neues Hess dann, so. Könnte man natürlich denken, dass er das meint. Aber ich, ich denke eher, dass er ein GDI-Spitzel war. Ne? Ähm, auch die Sachen mit der, mit der Atombombe, die wir in der einen Mission retten, äh, klauen mussten. All solche Sachen halt, ne, ähm, er, äh, es gab in all seinen Videos, gab es, gab es eine leichte Andeutung in diese Richtung, dass er mehr wusste, als er, als er, äh, zugeben wollte. Und, ähm, ja, ich gehe schwer davon aus, dass er halt eigentlich ein GDI-Spitzel war. So, und, wenn, wenn er uns jetzt aus dem Weg geräumt hätte, also seine, ich denke mal, er hat sich gedacht, hey, ja, greift das Pentagon an, entweder gehe ich selbst dabei drauf, oder, wenn ich wiederkomme, kommt Cain und sagt, hey, das war das, ne, war eine Scheiße. Und der wird Seth irgendwie sowas sagen, wie, ich hab dem, das, der hat das einfach von sich aus gemacht. So, und, äh, dann werde ich aus dem Weg geräumt, oder wir, halt, der Commander, und durch unseren total verlustreichen Angriff auf das Pentagon und so weiter, ist die Bruderschaft natürlich auch heftig geschwächt und kann halt von den GDI-Truppen und so weiter entfernt werden. So, inklusive Cain. Ja, ne? Ähm, ja, dass Cain das jetzt alles im Auge hatte und so weiter, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Hat er wohl nicht mit so gerechnet. Tja, dumme Sache, das. Naja, gut. Ähm, da wir nur wenige Truppen haben, müssen alle zur Verfügung stehenden Ressourcen genutzt werden, finden sie die verlassenen GDI-Base in dieser Gegend und machen sie sie wieder betriebstüchtig. Soweit das erledigt ist, schalten sie die GDI-Truppen mit ihren eigenen Waffen aus. Ja, das nehmen wir dann im Leben lang. Lala. Okay, gut. Wir enden. Ja, übel. Übel. Ähm, Kamerun werden wir dann halt nochmal neben uns im nächsten Mal machen und genauso wie das halt hier. Orka-Raub. Ähm, durch diese Problemlichkeiten jetzt, durch die heftigen Verschiebungen und so weiter und so fort, mache ich vielleicht einfach die beiden nochmal extra jetzt in dieser Woche und nicht erst nächste Woche. Ne, einfach so als kleinen Bonus hauen wir die beiden denn diese Woche nochmal rein. So, das nenne ich dann halt, ähm, wie nenne ich das Video? Ihr wisst es ja schon, weil ihr es ja gerade guckt. Äh, bla bla bla, wahrscheinlich Nord 7, äh, ne Mission 7, bla bla bla, sterbenskrank. Und dann vielleicht A. Und dann hier, das ist dann B. Oder irgendwie sowas, Teil 1, Teil 2, das ist vielleicht besser, Teil 1 und Teil 2, ne, so. Ähm, und auch wie hier zum Beispiel extrahieren sie den Zünder. Ne, gar nicht wahr. Ähm. Ähm, obwohl wir Orka-Missionen könnte ich vielleicht sogar einzeln machen, ne? Hm. Ich weiß es noch nicht genau, ich weiß es noch nicht genau, wie ich das mache. Vielleicht gibt es die einfach als Bonus für den Orka-Raub, obwohl, hm. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das jetzt zusammenfriemel, das Ganze. Äh, aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ähm, Bonus-Galerie, zwei Dinge. Oha, zwei sogar. Äh, geben wir es hier auch nochmal. Äh, das ist, äh, Set 7, take 1. Action. Well, there's no stuff in you, is there? Now Kane wants you to destroy this village. It's the last front standing between him and his Siberian operation. There are some civilians there, but they're sick and dying, so you should be able to handle them quite easily. And don't worry about any GDI courses. Intelligence tells me there are just a few scientists lurking around. Okay. You can either bring the smile on the things you want. Speed. Set 7, take 2. How's that? Now, what do you need? You have to go? You can still see it. You have to go. You can still see it. I have to go. Now, I have to go. I have to go. Und keine GDI Fortschritte. Intelligenz sagt mir, dass es ein paar Wissenschaftler gibt. Cut. Das ist Set 7, take 3. Action. Well, there's no stopping you, is there? Naukain wants you to destroy this village. It's the last front standing between him and his Tiberian operation. There are some civilians there, but they're sick and dying. You should be able to handle it quite easily. And don't worry about any GDI forces. Intelligence tells me there are just a few scientists that we know about. Cut, nothing. Haha, wie das schwer war. Scheinbar nicht zu öfflich zu lachen. Haha. Aha. Wie sieht man, wie sieht man, wie ist das? Dann B, take 1. Action. Well, there's no stopping you, is there? The King may not be as impressive you as I thought. You've been relegated to a simple propaganda mission. Sneak into this GDI base and steal their new toy. They call it Orca, and it's a high-speed attack helicopter. You get to destroy this village. It's a great day. Oops. Sorry. Feb! Feb! Speed! Yeah, we'll be fine. This is, uh, 7-7B take 2. We drink it before I receive it. Get angry. Das war's für heute. Es ist ein High-Speed Attack Helicopter. Use it to destroy this village. What better way to show the world the devious and callous nature than the Jedi Warlock? Cut. 7B, take three. Action. Well, there's no stopping you, is there? The King may not be as impressed with you as I thought. You've been relegated to the simple propaganda mission. Sneak into this GDI race and steal their new toy. They call it Orca, and it's a High-Speed Attack Helicopter. Use it to destroy this village. There should be a known ray over some of the Oracle. Cut, that was good. Speed. 7B, take four. Honey. Well, there's no stopping you, is there? The King may not be as impressed with you as I thought. You've been relegated to a simple propaganda mission. Sneak into this GDI base and steal their new toy. They call it Orca, and it's a High-Speed Attack Helicopter. Use it to destroy this village. There should be a known ray over some of the rich Helicopter. The King may not be as impressed with you as I thought. The King may not be as impressed with you as I thought. The King may not be as Chat is a silent protocol here. They call it Orca, and it's a High-Speed Attack Helicopter. you get to destroy this village. there should be a no-brainer for some of the gear calmer. System B, take six. Action. Well, there's no stopping you, is there? But Kane may not be as impressively as I thought. You've been relegated to a simple propaganda machine. Sneak into this G.I. base and steal their new toy. They call it Plurka and it's a high-speed attack helicopter. You have to destroy this village. This should be a known ranger for someone in the other category. Okay, yeah. Wie überhaupt nicht einfach. Also, ja, manche Textmassagen scheinen doch gar nicht so leicht gewesen zu sein, sich das zu merken. Ähm, was mir aber gerade... Zuerst haben wir ja das zu sterbenskrank gesehen und eben war das zu der Orca-Mission. Ähm, was mir dabei so durch den Kopf geht... Ich kann mich an die Videos erinnern. Also, nicht an alle. Dass... dass Seth umgelegt wird, das wusste ich noch von Kane. Ähm, ich hatte das zwar anders in Erinnerung, aber... Ne, das war noch vorhanden. Ich weiß auch noch... Läuft die Kamera? Etwa noch? Oder warum läuft die Kamera noch? Und sowas. Das kommt ja auch alles erst noch. Ähm, ganz großartig. Ähm... Auch an das erste Video natürlich mit Seth erinnere ich mich und ein paar Zwischendurchdinger und so. Aber an den Großteil der Mission... Ich erinnere mich da nicht dran. Und... Das ist... Heftig. Echt. Ich meine, dafür, dass ich... Das hoch und runter gespielt habe eigentlich immer damals. Ich erinnere mich an nichts. Oder nur an... Ein wenig von den Missionen selber. Ich erinnere mich zum Beispiel auch gar nicht mehr daran, dass das... So überhaupt nicht... Basisbaulastig war auf Nordseite. Dass man da... Wirklich so verdammt oft irgendwelchen Ramsch zusammenhalten musste. So... Mit Hängen und Würgen. Das... Oder irgendwie... Wie jetzt halt so eine ausgeranzte GDI-Basis erobern muss und sowas in der nächsten Mission und so. Ähm... Wow! Also... Da hab ich gar keine Erinnerung mehr dran, dass das so ist. Und... Das wirkt auch irgendwie so komisch, ne? Dafür, dass die... Dass die... Äh... Dass das Nott ja so... So... Wow, ne? Die haben an der Börse den größten Teil dies oder jenes und super reich und hast du nicht gesehen. Und machen Tiberium-Forschung und lalala... Ja... Äh... So eine Terroristen-Gruppe groß macht. Die wirken eher wie... Ähm... Eher wie so ein... Ja, so ein kleiner... Weiß ich nicht... So eine... So ein kleines Team von... Von Guerillakämpfern irgendwie so... Die da vollen Dingen lostreten wollen... Und ihre Kumpels eingeladen haben. Äh... Irgendwie so... Also... Ganz... Ganz kurios. Ich hab das überhaupt nicht so in Erinnerung. Ist das keine Beschwerde oder sowas? Ist mir halt nur eben so heftig aufgefallen bei den Videos auch wieder. Und bei den Making-ofs und sowas. Äh... Ja... Schräg. Äh... Schräge Nummer das. Ähm... Ja, und als nächstes... Wie gesagt, ich werd da ein Bonus-Video machen, denk ich mal, diese Woche irgendwie... Gucken, wo ich das reinquetsch. Das wird dann einfach online gehen. Das wird dann mit Sterbenskrank und Orca-Raub zusammen sein. Ich hatte erst überlegt eben noch, während... Während, äh... Während, äh... Wir in die Making-ofs geguckt haben, dass wir das so ein bisschen trennen. Aber... Ne. Ne, ne. Das ist... Das ist trotzdem alles Mission 7. Äh... Ist schon in Ordnung halt, ne? Ich nenn's denn 7 Teil 1 und 7 Teil 2. So, ich erklär's. Hab's ja erklärt jetzt, was los war. Ihr seht das ja auch. Wird ja zusammengeschnitten und so weiter. Der Rausch-Effekt war ja auch da. Und ich, ähm... Erklär's ja auch nochmal bei Teil 2 am Anfang, was los ist. So müsste also jeder auf dem Laufenden sein. Ähm... Wenn ihr selber weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt... Wie das ganze Drama hier weitergeht... Und so. Dann, äh... Abonniert den Kanal. Ne. Folgt uns. Liked uns. Lasst einen Kommentar da. Und so weiter und so fort. Würde uns auch sehr freuen. Und, ähm... Dann bekommt ihr auch immer mit, wenn ihr ein neues Video startet. Plus, ihr könnt auch mal in die Playlist gucken. Die jetzt gleich am Ende eingeblendet wird. Beziehungsweise am Ende, äh... Ach ne. Unten in den Kommentaren. Also es wird am Ende des Videos eingeblendet. Klar. Und unten in den Kommentaren. Der angeblendete Kommentar. Der erste. Das ist auch der Link zur Playlist. Ähm... Ansonsten haben wir noch von Command & Conquer Remastered Angebot. Ähm... Den Random Day. Der ist Donnerstags. Da hauen wir immer raus. Irgendwie ne... Ne Map aus der Fan-Community, die wir spielen. Oder ein Mod, den wir testen. Oder ein Multiplayer. Irgendwie sowas halt. Da müsst ihr mal gucken. Das ist immer Donnerstags. Sind auch schon ein paar Videos online. Ähm... Unter dem Playlist. Command & Conquer Remastered Mods. Und Command & Conquer Remastered Maps. Ganz einfach zu finden also. Ähm... Dann... Könnt ihr uns noch folgen. Auf Slashblatt & Brain. Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Und so weiter und so fort. Ist auch schön eingeblendet. Dann kriegt ihr immer wieder was wir sonst noch so machen. Wann wir was streamen. Wann wir was hochladen. Was gerade so ansteht. Und natürlich auch eine Menge zu unseren beiden Kartenspielen. Totenstadt und Voodoo Heads. Über die ihr auch noch Infos auf www.blattenbrain.de und www.totenstadt.com findet. Inklusive Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Dann kriegt ihr auf jeden Fall die volle Blattenbrain-Dröhnung. Nicht nur digital, sondern auch analog. Ja. Alles mit dabei. Und wir sehen uns dann wieder bei... Ähm... Minecraft. Morgen am Mittwoch. Oder Terraria. Äh... Weil morgen ist Minecraft Mittwoch. Und Terraria hat sich da einfach so reingezackt. Irgendwie in diese Geschichte. Äh... Donnerstag dann bei Command & Conquer Remastered Random Day. Und am Freitag bei Reims of the Haunting. Samstag ist dann irgendwie Freitag oder Stream-Tag. Das ist immer sehr spontan. Sonntag geht's dann weiter mit dem Minecraft ähm... Multiplayer-Server. Und Terraria. Und äh... Ja. Montag gibt's dann wieder eine Folge Messenger. Und... Dienstag sehen wir uns dann schon wieder hier. Bei der... Den... Achten Mission. Vom Command & Conquer Remastered Not Kampagne. So... So die Idee. Also dann. Ähm... Hoffen wir, dass alles besser wird. Und äh... Ja. Ne? Reingauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.